EKA-14-SK fragt, nimmst du mich ins Video? Ich bin Sajj, wir wollen hier anfangen. Ich kann ein neues Video machen und heute beantworte ich ein paar Fragen für euch. EKA-14-SK sagt, nimm mal gleichzeitig Wasser und Mehl ins Mund. Wir probieren jetzt Wasser und Mehl gleichzeitig ins Mund. Ich hab noch 3 Tropfen. Ich hab noch nicht. Nein, 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 nicht. Reste in Peace, Oli. Oli, Reste in Peace. Oli, Reste in Peace. Oh, scheiße, ja. Ganz scheiße. Ganz scheiße. Lach mir doch alles in die Hände. Nicht so ässelig. Nicht so ässelig. Es war das Moment, Jackson knew. He fucked up. Naaaah. Noah. Das war's für heute. Das war's für heute. Good luck, bro! Good luck, bro! Can you try some later with something? Die Leute fragen, ob du Fußballstar oder YouTube-star bist? Bin ich gut in Fußball, lieber YouTube-star. Wenn ich jetzt zwischen diesen zwei entscheiden müsste, dann einen YouTube-star. Du? Ich bin schlecht im Fußball, aber ich bin YouTube-star. Stucki, frage, wirst du, wer mich sehr gerne? RIP, Oli Clash, 2017. So zum nächsten Mal. Okay, ich wollte dich mal, Alter. Nein, siehst du. Leute, hey, go! Stirb, 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 stirb! Nein! Hat er nicht gemacht. Warte! Warte, ich hab noch die Zimte, aber ist geil! Hätte er nicht gemacht. Einmal! Komm, geh! Oh, geh! Hässlich! Das sieht gut aus! Das kann man sich nicht gönnen, das... So scheisse! So ein kleines Stück auf den Kuchen... Komm, geh! So ein kleines Stück auf den Kuchen! Was? Nach dem Fiss von dir! Ah! 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 Nur Bam fragt... Wie heiss ist du, Oli? Sebastian Gut fragt... Hast du gern... Südschuk? Ja, schmeckt gut! Pranks! Oh du! Okay! Du! 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 Sebastian Gut fragt nochmal... Machst du wohl Pranks in Basel? Ja, sicher! Ja! Schreibt doch in den Kommentar, welcher ich am besten würde haben! Wenn das, was die meisten Likes hat, nehmen wir ins Video! Dann wählt er halt in der Frage, wenn du 2 Millionen Abonnenten hättest, was wäre dein Bestes? Das war's mit dem kurzen Q&A mit meinem Team! Ich hoffe, euch hat es gefallen! Und ja! Ciao! 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 Ciao!